Die Hannoveraner Körung war auch in diesem Jahr wieder ein züchterisches Highlight. 108 Hengste waren nach Pferden gereist, 77 wurden gekört, 18 davon wurden mit einer Prämie ausgezeichnet. Am Samstagvormittag wurden diese dann feierlich geehrt und im Rahmen des Schauprogramms vorgestellt. Viele ehemalige Chörkandidaten waren nach Pferden gereist, darunter auch die Hannoveraner Champions Dohani und Gunfire und die Bundeschampions Davenport und Gentleman. Als Hannoveraner Stute des Jahres wurde die Stute Sarah von Sherlock Holmes ausgezeichnet. Glorreicher Schlusspunkt war die Auszeichnung des Hengst des Jahres. Der begehrte Titel wurde an den Landbeschäler Rutschborn verliehen. Neben den Prämienhengsten wurden auch die gekörten und nicht gekörten Hengste in der anschließenden Auktion versteigert. Die gesamte Chörung können Sie noch einmal erleben im ClipMyHorse.tv Archiv.